Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen. Mit dem heutigen Vortrag kommen wir zum Abschluss unseres Themenbereiches Migration. Und auch das möchte ich betonen, heute ist der letzte Vortrag vor Weihnachten. Wir setzen dann das Studium Generale am 9. Januar fort, dann allerdings mit einem anderen Themenbereich, Mustererkennung und Musterbildung. Kommen wir zurück zur Migration. Wir wissen, unter den Migranten gibt es solche, die lediglich vorübergehend zu uns kommen, um sich vor Gewalt im eigenen Lande zu schützen oder auch um zu studieren. Oder auch um temporär zu arbeiten. Andere Migranten hingegen möchten dauerhaft bei uns bleiben. Und es sind diese Migranten, die uns vor eine besonders schwierige Aufgabe stellen. Wenn es uns nicht gelingt, solche Migranten sozial und in den Arbeitsprozess zu integrieren, so führen diese Migranten ein Schattendasein und häufig werden sie ihres Lebens nicht froh. Und das verstärkt auch die Gefahr, dass diese Migranten im Abseits radikalisiert werden. Das ruft natürlich auch in unserer Gesellschaft eine hohe Besorgnis hervor. Aber dazu treten ökonomische Sorgen. Gelingt die Integration nicht, dann muss die aufnehmende Gesellschaft für den Lebensunterhalt der Migranten sorgen. Und eine solche Belastung sehen insbesondere solche Mitglieder der aufnehmenden Gesellschaft ungern, die selbst mit einem geringen Einkommen auskommen müssen. Zudem haben sie häufig die Angst, dass die erfolgreiche Integration von Migranten gerade Arbeitnehmer in den unteren und mittleren Einkommensklassen verdrängt. Das scheint ja auch ein Thema beim Brexit gewesen zu sein. Die schwierige Frage lautet, wie kann Integration erfolgreich gestaltet werden? Soziale Integration muss mit Kulturunterschieden konstruktiv umgehen. Aber auch die Integration in den Arbeitsmarkt sieht sich mit unterschiedlichen Arbeitskulturen konfrontiert. Deswegen ist auch die Integration in den Arbeitsmarkt nicht allein ein ökonomisches Problem, sondern ein komplexeres sozioökonomisches Problem. Zur Integration in den Arbeitsmarkt gibt es viele Vorschläge. Wichtig sind aber vor allen Dingen die Erfahrungen, die mit der Integration in der Vergangenheit gemacht wurden. Sie sind vermutlich der bessere Kompass für eine Integrationspolitik. Ich freue mich sehr, dass wir zu diesem schwierigen Thema Michael Burda gewinnen konnten. Ihn begrüße ich sehr herzlich. Michael Burda ist amerikanischer Staatsbürger. Keine Sorge, er spricht sehr gut Deutsch. Er ist in New Orleans geboren, ein Ort, mit dem wir zumindest viel Musikkolorit und Mississippi verbinden. Michael Burda hat an der Harvard University studiert und promoviert und er ist seit 1993 Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Er genießt ein hohes Renommee, insbesondere als Arbeitsökonom. Er selbst ist auch immer wieder in Kuba tätig. Er kennt daher sowohl Kuba als auch Florida gut und das sind die Regionen, die Michael Burda heute besonders ansprechen wird, wenn er über die Marielle-Bootz-Krise sprechen wird. Michael Burda war längere Zeit Vorsitzender des Vereins für Sozialpolitik, der größten Vereinigung von Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Ich hatte das Vergnügen, mit ihm als stellvertretender Vorsitzender zusammenzuarbeiten. Die Moderation des heutigen Vortrags wird Professor Pohlmeier übernehmen. Er ist seit 1994 Professor für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie an unserer Universität. Er untersucht auch Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Er ist daher für unser heutiges Thema sehr einschlägig. Wie Sie wissen, war Herr Pohlmeier auch bis vor kurzem Prorektor für Forschung an unserer Universität. Soweit meine Vorrede. Jetzt freuen wir uns sehr auf deinen Vortrag, lieber Michael. Lieber Günther, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, es freut mich sehr, diese schöne Möglichkeit zu haben, über mein eigenes Land und Erfahrungen der letzten 20 Jahre zu referieren. Ich bin zwar Arbeitsmarktökonom, bin aber auch in der Makroökonomie unterwegs und vor allen Dingen an der Schnittstelle. Und Sie wissen ja, der Mehrwert einer Volkswirtschaft entsteht dadurch, dass Menschen mit Kapital und Gütern und Ideen zusammenarbeiten. Und Arbeitskräfte machen einen sehr großen Anteil der Wertschöpfung in diesem Land und auch in den USA und auch in Kuba aus. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie die Arbeitsmärkte funktionieren. Und wir lernen immer mehr dazu. Ich merke, dass es sehr viele unterschiedliche Menschen hier sind, nicht nur Studenten. Das freut mich auch sehr. Vielleicht kann ich ein bisschen von unserer Arbeitsweise, unserer Denkweise weitergeben. Und das ist auch gut, weil wir Ökonomen immer so etwas falsch, wenn nicht missverstanden werden. Also mein Vortrag wird heute mit mehreren Punkten sich beschäftigen, vor allen Dingen die Einwanderungskrisen in Europa als Schatten, dieses große Phänomen, das uns immer zu mehr Gedanken über diese Dinge bewegt. Aber eigentlich ist es nicht das Thema der heutigen Vorlesung, des Vortrags. Aber es wird tatsächlich immer im Hintergrund gehalten werden. Sie sollen vielleicht immer darüber nachdenken, wie man die Lektionen aus den USA in diesem Vortrag übertragen werden können. Ich würde gerne mal mein Theoriegebäude erklären, in dem ich lebe und denke, weil das uns auch in den Grundsätzen begleitet, wie wir verstehen, welche grundsätzliche Zwänge Volkswirtschaften in eine Richtung oder in die andere Richtung schiebt. Ich möchte es gerne mal ein paar Bilder zeigen, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Einige von Ihnen haben niemals VWL studiert, das ist auch okay. Meine Aufgabe ist, verständlich zu sein und ich verstehe mich schon ein bisschen in die Lage versetzt worden, das zu tun. Es geht hier um die ganz wichtige Idee des natürlichen Experiments. In der Volkswirtschaftslehre ist es uns verboten, beinahe verboten, Experimente durchzuführen. Wir machen es zwar als Studenten in Experimenten zu Objekten unserer Untersuchungen, aber richtig Realität darzustellen, ist es noch nicht so weit. Und wenn man das versteht, die Komplexität des Lebens viel, viel größer ist als diese Experimente, die wir in den Labors machen, dann sind wir natürlich plötzlich sehr bescheiden in unseren Absichten. Wir müssen die Realität angucken und fragen, ob wir Instanzen, Möglichkeiten sehen, wo die Natur, was für uns bewegt hat, auf eine Art und Weise, die wir nachvollziehen können. Und dann gucken wir uns, ob wir kausale Beziehungen erkennen können. Das führt mich zum Gegenstand meiner Vorlesung heute, ist eben diese Marielle-Buths-Krise vom Jahr 1980. Ich war damals 21 Jahre alt. Ich kann mich sehr gut erinnern, die Ängste, die durch die amerikanische Bevölkerung gegangen sind. Damals kamen eine Menge Menschen auf einmal auf einen sehr fokussierten Punkt in den USA, ein großes Land. Aber trotzdem hat man sich sehr damit beschäftigt, wie das klappen könnte. Es war historisch gesehen sehr interessant, einmalig. Und die wirtschaftlichen Seiten dieses natürlichen Ereignisses, es war gar nicht natürlich, aber es war so wie ein natürliches Experiment, es war unantizipiert, hat tatsächlich Folgen, die wir 25 Jahre später nachvollziehen können. Und daraus entsteht, sagen wir mal, 35 Jahre danach, kommt jemand, der selbst aus Kuba kommt und stellt die ganze Sache wieder in Frage, die wir immer als ganz normal empfundenes Wissen. Da gibt es zwei wichtige Wissenschaftler in unserem Fach und ich werde sie ein bisschen gegeneinander aufspielen und beschreiben, was da los ist. Und kann man diese Erfahrungen, die wir dort jetzt neu auswerten und diskutieren, sehr heftig zum Teil. Es gibt sogar Blogs. Einer von diesen Wissenschaftlern hat einen sehr, sehr häufig besuchten Blog. Können Sie gerne mal reinschauen. Sie werden natürlich nicht übersehen, dass die Lektionen auf Deutschland und die deutschen Erfahrungen vorhanden sind. Man sollte sich vielleicht damit beschäftigen. Inwiefern gibt es eine externe Validität der Ereignisse von damals und die gegenwärtige Auswertung dieser Ereignisse von damals. Zunächst mal, ich darf nicht sehr lange, muss nicht sehr lange darüber ausführen, wie wir jetzt eine Krise in Europa haben. Also die externen Grenzen sind offensichtlich keine. Es gibt große Unterschiede in der Einstellung, wer wen und wie aufnehmen kann. Die 28 Länder der EU werden vielleicht sogar bald 27, weil man nicht übereinstimmend diese Frage beantwortet. Das war nicht der Fall in den Vereinigten Staaten. Das ist eine Nation mit einer gemeinsamen externen Grenze. Also wenn mehr als eine Million Menschen plötzlich kommt und diese Menschen sich entscheiden, mehr oder weniger auf ein Land hinzupallen, ist es natürlich beunruhigend, gerade wie es damals in Florida, in Miami 1980 war. Es gab natürlich die politische Anweisung, dass diese zu stemmen ist und ich bin persönlich der Meinung, dass von der ökonomischen Seite alles durchaus machbar ist. Deutschland hat gerade eine sehr schwierige Arbeitsmarktreform durchgenommen und mehr Erfolg. Zehn Jahre später merken wir, dass Deutschland eigentlich zum Musterkind der Arbeitsmarktpolitik gehört, auch wenn es bestimmten Nebenphänomenen wie Lohnungleichheit und so weiter begleitet ist. Trotzdem ist es möglich hier. Es gibt natürlich nicht nur die ökonomische Seite. Ich muss auch einschränkend sagen, ich bin Ökonom und ich hätte diese Einladung nicht angenommen, wenn ich nicht eine rein ökonomische Perspektive darbieten kann. Ich bin kein Soziologe, ich kann das nicht glaubwürdig kommentieren. Aber ich kann wenigstens sagen, wie wir die Dinge sehen, können Sie es mit nach Hause nehmen, können Sie es wegwerfen, Sie können es vielleicht wegpacken in verstaubten Ideen von anderen Ökonomen. und man kann tatsächlich das lebendig anwenden auf die gegenwärtige Situation. Es gibt natürlich humanitäre Begründungen für die Aktion der letzten zwölf Monate, 16, 18 Monate, die werde ich gar nicht in Frage stellen. Bei mir geht es eigentlich vielmehr darum, wie wir mit diesen Situationen ökonomisch umgehen. Wir haben gelernt zum Beispiel, dass die Bildungsgrade der Zugewanderten, die nicht nur aus Syrien kommen, sondern auch aus Afghanistan, im Nahen Osten und auch aus Afrika und anderen Ländern, ist durchaus unterschiedlich. Wir haben gelernt und wir sehen immer wieder, die Leute sind im Grunde arbeitswillig und wollen integriert werden. Wir wissen aus meiner Perspektive und auch die Leute, die sich mit der Arbeitsmarktsoziologie unterwegs sind, wissen, dass die Integration von Menschen vorwiegend über den Arbeitsplatz erfolgt. Die Menschen müssen ihr Leben erstreiten, das heißt, sie müssen sich gerade am Arbeitsplatz behaupten und kommunizieren und Geld verdienen, ihre Familie ernähren, etc. Deshalb sage ich wieder, es ist ein ökonomisches Problem. Also die Motivation für viele Migrationen ist ökonomisch, das kann man nicht bestreiten und die Leute, die Schutz brauchen, müsste man eigentlich auch respektieren. Die Frage bleibt, wie Günter Franke gesagt hat, was passiert danach? Die Leute können nicht einfach mal in einer Ecke hocken, die müssen integriert werden und die Frage ist, geht das? Und um das zu lernen, muss man auch rational und vielleicht etwas losgelöst von Emotionen oder den eigenen Präferenzen über die Tatbestände, die Fakten diskutieren, wie das funktionieren sollte. Und da kann man tatsächlich von anderen Ländern lernen. Die Amerikaner machen viele Dinge vielleicht nicht gerade richtig, aber die Integration von Einwanderern gehört eigentlich zu dem Stolz der amerikanischen Geschichte. Das Land besteht eigentlich aus Migranten von verschiedenen Wellen. Also meine eigenen Eltern, meine Mutter kam aus England und ist 1949 nach Amerika ausgewandert. Mein Vaters Großvater kam aus Polen, damals Galicien. Und die Integration erfolgt über eine Generation. Die Leute haben zunächst mal polnisch gesprochen. Das waren römisch-katholische Menschen, die nicht gerade angenommen wurden, aber nach einer Generation war alles eigentlich keine Diskussion mehr. Ich kann mich erinnern, als Messdiener bei einem Gottesdienst, wo noch polnisch gesprochen wurde, 1970. Aber die Zeit ist völlig vorbei. Die Leute haben sich tatsächlich integriert. Die Theorie der Zuwanderung ist für mich ökonomisch. Also wir müssen wissen, wie die Leute in den Arbeitsmarkt integriert werden. Wie kriegen sie eine Stelle? Wie kann die Gesellschaft sie einsetzen? Und da muss man natürlich über die Chancen und Kosten der Migration reden. Also das mag in manchen Ohren nicht so richtig schön klingen, aber wir müssen tatsächlich immer die Frage stellen, was kostet das und was bringt uns das? Weil sonst ist es nicht nachhaltig zu stemmen. Also das kann, wir könnten natürlich noch 80 Millionen Menschen hier reinlassen, das würde die Grundbedingungen des Landes ändern. Und irgendwo dazwischen ist die Realität, die wir jetzt haben. Es ist klar, dass für die Betroffenen es immer vorteilhaft ist, es zu kommen. Und ich beziehe mich jetzt vorwiegend auf die ökonomischen Migranten, die Migration der ökonomischen Sorte, obwohl ich später darauf eingehen möchte, was in Kuba damals passiert ist. Es gibt für das Empfängerland, wenn die Einwanderer Arbeit finden, gibt es Möglichkeiten, dass sie ihren Beitrag leisten zum wirtschaftlichen Geschehen, die zahlen Steuern und sie tragen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur bei. Das sind alle so wichtige Aufgaben, die wir alle wahrnehmen und das würde ich auch als Integration bezeichnen. Es gibt sonst andere interessante Entwicklungen, die ein auseinanderdividierender Arbeitnehmerschaft durchaus bedeuten kann. Es gibt Produktionsfaktoren, das heißt Typen von Arbeit, die profitieren davon. Es gibt Kapital, das davon profitiert, wenn neue Menschen in den Arbeitsprozess kommen. Das heißt möglicherweise billigere oder verfügbare Arbeitskräfte, die eingesetzt werden. Es gibt auch Menschen, die gestärkt werden, ihre eigene Produktivität durch das Dabeisein von anderen Typen von Arbeitnehmern. Ich werde gleich darauf eingehen, was das bedeutet. Es gibt natürlich auch ökonomische Bewertung von dieser Art von Vorteilen. Es gibt kulturelle Vielfalt. Als Amerikaner habe ich sehr viel davon. Also ich kenne das, es ist für mich keine befremdliche Entwicklung. Man lernt, was man nicht hat. Man lernt, was man vielleicht sogar besser macht. Man kann vielleicht durch Überzeugungskraft rüberbringen, wie man zusammenkommt. Es ist natürlich auch manchmal eine Anstrengung wert und in der Regel bringt das was. Es gibt natürlich auch Kosten, und darüber muss man auch klar reden. Es gibt Kosten für das Senderland. Das vergisst man immer. Also jedes Land, wie Kuba zum Beispiel, wenn man 10.000, 20.000 Menschen los wird in einem halben Jahr, das hat Kosten. Das heißt, das Land verliert möglicherweise die besten Arbeitskräfte, die sie haben, gerade diejenigen, die am besten im Ausland produktiv eingesetzt werden können und was für ihre eigene Weiterentwicklung bringen. Und das heißt Brain Drain. Die afrikanischen Länder leiden sehr, sehr deutlich darunter. Auch die Länder Südamerikas und Kuba insbesondere. Es gibt für Gemeinden, die gerade in einem Sozialstaat wie Deutschland verpflichtet sind, bestimmte gemeinsame Güter bereitzustellen. Öffentliche Güter wie Polizei, Schulen, Straßen, die müssen natürlich auch dafür aufkommen. Und wenn mehr Menschen auf einem kleinen Platz sitzen, wird das immer mehr kosten. Es wird mehr Abschleifen von diesen öffentlichen Gütern und Inanspruchnahme von Schulen und Infrastruktur. Das kostet auch Geld und das macht auch das Leben für uns alle etwas schwieriger. Und wenn wir ökonomisch da drangehen, dann müssen wir auch sehen, dass irgendwie das bezahlt werden muss. Entweder werden die Steuern angehoben oder wir kriegen Geschenke vom Himmel, aber es muss irgendwie bezahlt werden. Und dann gibt es natürlich das Wichtigste. Mit wem konkurrieren die ökonomischen Migranten, die kommen? Man steht im Wettbewerb. Das heißt, ich gehe mal in der Friedrichstraße zu einem Friseurladen und stelle plötzlich fest, dass ein Syrer mir die Haare schneidet. Und ich habe auch gemerkt, dass er viel billiger geworden ist. Ich denke, das kann nicht sein. Wieso will er nur 12 Euro von mir haben? Normalerweise kostet das 24 bei der Frau nebenan. Im selben Laden. Natürlich ist es eine Bedrohung für diejenigen, die immer noch 24 Euro kassieren. Und ich frage mich, wie kann das eigentlich funktionieren? Aber das scheint zu funktionieren, gerade jetzt in der Friedrichstraße, weil ich das immer noch mache und ich suche diesen Syrer aus. Er macht eigentlich eine ordentliche Arbeit. Ich bin noch zufrieden damit. Aber für die Leute, die möglicherweise für 24 Euro mir die Haare hätten schneiden können, die sind durchaus die Verlierer. Beziehungsweise es gibt Verluste, eine Umverteilung von Gewinnen und Verlusten. Die muss man ansprechen. Wenn man das nicht tut, kriegen wir Ergebnisse wie in den USA im November. Gerade die Globalisierung ist super gut für die Leute, die von billigen, niedrigen Preisen profitieren. Aber wenn sie ihren Job dadurch verlieren, dann sind sie anders zu überzeugen. Und die Eliten in Amerika und in vielen anderen Ländern haben vergessen, diese Gewinne des freien Handels umzuverteilen, wie es hätte sein müssen, eigentlich nach den üblichen Handelstheorien, die wir alle predigen. Zum Schluss gibt es auch, was mich auch sehr interessiert, Engländer forschen jetzt darüber, weil Brexit natürlich völlig unerwartet passiert ist. Aber die forschen darüber, warum haben die Engländer in Teilen des Landes, wo es überhaupt keine Polen gibt, warum haben sie für den Brexit gestimmt? Und es kommt daher, dass bestimmte Gefühle hochkommen, die gar nicht ökonomisch sind. Dass man das Gefühl hat, ich verliere die Kontrolle über mein eigenes Leben. Ich verliere die Kontrolle über High Street. Es sieht anders aus, ich verstehe die Leute da nicht, ich kann da nicht mit den Leuten reden. Und das hat offensichtlich auch ökonomische Fazetten. All diese Dinge müssen besprochen werden. Und deshalb finde ich diese Verteilungsfrage gar nicht so uninteressant. Wir Ökonomen trennen uns immer von Verteilungsfragen, wir sagen, ja, es ist Hauptsache, wir sind effizient und der Rest, den kann der Staat erledigen. Die Politiker können das machen. Frau Merkel kann das irgendwie mit ihren Freunden da aushandeln. Aber das funktioniert nicht. Also wir reden nicht über die Verteilung genug und das ist ein wichtiger Punkt. Diese Kompensationsidee, das Prinzip der Kompensation ist eine der wenigst implementierten Ideen der VWL, der Volkswirtschaftslehre, obwohl wir immer das auf der Zunge haben. Es gibt genug Vorteile durch den freien Handel, durch die Migration, durch die Kapitalbewegungen, um alle mindestens so gut zu stellen, wie sie vorher waren. Aber wenn sie das nicht tun, was nutzt das? Wem nutzt das? Also wenn man ganz offen darüber redet. Und daher müsste man eigentlich, das ist kein Hauptpunkt meines Vortrags, aber Sie sollen das auch mal im Kopf behalten, wenn Sie über Florida denken, wer waren die Gewinner bei den großen Migrationsströmen nach dem 1.1.1959, damals als Fidel Castro an die Macht gekommen ist. Also, wenn Sie mal sich mit der Globalisierung ernsthaft auseinandersetzen wollen, es ist eine ökonomische Fragestellung, aber es ist auch eine politische und vor allen Dingen eine verteilungsbedingte Diskussion, die man eingehen sollte. Jetzt zeige ich Ihnen ein paar Bilder. Also, ich bin Ökonom, es geht bei mir um die ökonomische Integration, ich werde über Florida, Miami insbesondere, ich werde über die ökonomische Integration reden und nicht über, wie die Menschen sich fühlen. Das liegt so lange zurück, 36 Jahre zurück, als es passiert ist und die Jahre danach, es gab Krawalle, es gab 1980, 1981 richtig Unruhe in Miami. Das heißt, es war nicht unbedingt eine schöne Zeit. Aber die ökonomische Integration ist Voraussetzung für viele andere Formen von Integration. Also, die Leute müssen wenigstens ihren Anteil beisteuern. Und in Amerika ist es natürlich so, dass die Infrastruktur, die öffentlich ist, relativ karg und sparsam ausgestattet ist und deshalb ist es keine große Frage, wer die Steuern zahlt. Aber sobald man im sozialen Europa ist, stellt sich diese Frage ganz anders. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen. Die Leute, die kommen, müssen irgendwie mal ihren Beitrag leisten. Wenn das nicht passiert, dann gibt es nur Ärger. Vorne und hinten. Deshalb, die Austauschbarkeit der Arbeitnehmer ist eine wichtige Frage. Die habe ich schon mal angedeutet. Die Substituierbarkeit. Wir reden jetzt von einer ökonomischen Größe. Theoretisch, aber auch plastisch vorstellbar. Was ist die Leichtigkeit, mit der ich mit dem da ausgetauscht werden kann, werden kann in der Produktion. Zum Beispiel der Syrer, der mir die Haare geschnitten hat, wie leicht kann er quasi mit der Frau nebenan ausgetauscht werden und insofern stellt man sofort die Frage der Elastizität, der Reaktion auf die Migration. Wie schlägt sich das in den Löhnen nieder und so weiter. Es gibt allerdings auch eine Komplementarität, das heißt, wenn der Syrer kommt, kann es sein, dass er gerade noch die Wirtschaft stärkt, er stärkt die Nachfrage nach all jenen Gütern, die er einsetzt, wenn er mir die Haare schneidet und er stärkt auch die Wirtschaft auf diese Art und Weise, die wundersam ist, aus dem Nix gekommenen Nachfrage nach anderen Produktionsfaktoren, er steigt eigentlich auch die Nachfrage nach Dienstleistungen der Verwaltung in diese Kette, die mir das Haareschneiden anbietet. Das heißt, es gibt viele mögliche Kettenreaktionen, die durchaus positiv sind. Die Zuwanderung kann auch große positive Vorteile bringen. Es gibt eine Knock-on-Reaction, es gibt eine Entfaltung von neuen Nachfragen, die durchaus das andere überwiegen kann. Und ich möchte jetzt das zeigen. Das sind die Schere von Marshall und das ärgert jeder, der die VWL studiert hat und es ärgert jeder, der die VWL nicht studiert hat. Trotzdem ist es das Überlebensfähigste, was wir in den letzten 150 Jahren gemacht haben. Also dieses Diagramm von Marshall überlebt uns alle. Es bildet eine bestimmte Art von volkswirtschaftlichem Geschehen ab, das nicht unbedingt immer und überall so stattfindet. Es gibt wieder die zugrunde liegenden Zwänge und Kräfte, die ein Ergebnis in eine Richtung oder in die andere schiebt. Wenn ich mal darf, also hier haben wir eine negativ geneigte Kurve und wir haben eine positiv geneigte Kurve und hier haben wir auf der horizontalen Achse die Beschäftigung gemessen an Menschenstunden, Personenstunden, Menschen, wenn sie wollen, die ihre Arbeit in den Arbeitsprozess bringen und hier haben wir den Preis für diese Leistungen. Und dieser Arbeitsmarkt ist so abstrakt abgebildet, es könnte den Arbeitsmarkt für Deutschland abbilden, es könnte auch der Arbeitsmarkt für Fisöre, Fisöreleistungen, Fisöreläden, Fisörearbeitsstunden in Konstanz abbilden. Es geht um eine Abgrenzung. Und wir haben eine Vorstellung, dass die Firmen für diese Kurve verantwortlich sind, verursachen die Nachfrage, wir reden von Nachfrage nach Arbeitsstunden und diese Arbeitsstunden werden bezahlt. Und je höher die Löhne, desto weniger der Anreiz von den Nachfragern, sprich Unternehmern, auch der Staat kann auch dabei sein, es kann ein staatliches Unternehmen sein, diese Arbeitskräfte einzusetzen, weil es teuer ist und teuer will man weg, damit man überhaupt Verlust vermeidet oder Gewinn macht. Das ist ganz normal und wahrscheinlich gar nicht so umstritten. Dann gibt es das Angebot, die Angebotskurve ist positiv geneigt und die Angebotskurve stellt eigentlich dar, was die Menschen wollen. Bei höheren Löhnen werden sie mehr arbeiten, mehr Anstrengungen einbringen und möglicherweise kann das ein bisschen in der extensiven Richtung bedacht werden, es könnte auch mehr Haushalte überhaupt sich melden für Arbeit und Arbeit anbieten. Also wenn diese Angebotskurve ergänzt wird durch plötzliche Zunahme von Menschen, die bereit sind zu arbeiten, dann kriegen wir folgende Reaktion, wir kriegen Druck auf die Löhne nach unten und wir kriegen auch eine Ausweitung der Beschäftigung. Und das sind so langfristige Dinge, das kann sein, dass es ein paar Jahre dauert, es kann sein, dass es sehr schnell geht, in bestimmten Arbeitsmärkten ist es flexibel. Auf jeden Fall über 20 Jahren, Sie können sich Griff darauf nehmen, dass sowas passiert, es gibt auch langfristige Trends in der Wirtschaft, die sich sehr schön damit abbilden lassen. Es gibt natürlich auch Komplikationen, die Kurve kann relativ flach sein, da sehen Sie, die Löhne reagieren gar nicht, weil die Nachfrage so reagibel, so empfindlich ist auf die kleinen Veränderungen der Löhne, bei gleicher Rechtsverschiebung der Nachfrage. Es kann auch durchaus sein, dass die Nachfragekurve sehr unelastisch ist, dass die Löhne, die quasi mit weiter Beschäftigung oder größerer Beschäftigung vereinbar sind, sehr, sehr viel niedriger sind und die Löhne fallen entsprechend höher. Wir können das alles mit Daten und Hilfe der Ökonometrie, mit dem Polmeier, es sind Experte darüber, geschätzt werden, mit unterschiedlicher Präzision. Es gibt natürlich auch Verkomplizierungen, zum Beispiel, dass Komplementarität Komplementarität dazu führt, dass bei dieser Einwanderung mehr Arbeitskräfte in anderen Anwendungen eingesetzt werden müssen und es kann durchaus zu einer Rechtsverschiebung der Nachfragekurve kommen, je nachdem, wie man das spezifiziert hat. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Komplementarität führt durchaus zu Gegenreaktionen, also möglicherweise eine gleichbleibende Lohn oder sogar eine höhere Lohnentwicklung. Hier haben wir eine Variante, die auch sehr interessant ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Menschen eigentlich selber andere Möglichkeiten haben, wenn die Löhne nach unten gehen, dann hauen sie einfach ab. Sie verlassen die Stadt. Das werden wir in Miami gesehen haben. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Löhne nicht reagieren. Vielleicht gibt es Arbeitgeberverbände, die rigide Löhne deklarieren oder Arbeitnehmervertretungen, die rigide Löhne verlangen und nicht nachgeben. Und dann haben wir die potenzielle Entwicklung, dass Arbeitslosigkeit entsteht. Das ist banales Wissen aus dem Grundstudium VWL. Aber es ist schon mal interessant. Man hat verschiedene Möglichkeiten zu sehen, was passieren könnte. Und jetzt müssen wir mal sehen, was passiert ist in dem Fall, den wir gleich sehen werden. Es ist kompliziert. Und wir haben den Nachteil, dass wir nicht experimentieren können. Das habe ich schon mal gesagt. Der Migration schubbt damals und jetzt ist es eine Datenveränderung. Es löst bestimmte Reaktionen auf. Die Frage ist, wie können wir sehen, was für ein Schub das war. War das eine Nachfrageentwicklung? War das Angebot? Oder in welchen Märkten? Und so weiter. Die sind alle interessante Fragen. Die sind schwierige Fragen und die lassen sich nicht in einer Vorlesung gerade im Studium Generale nicht lösen. Aber ich kann wenigstens zeigen, dass wir was lernen können von bestimmten Ereignissen, die unkontrolliert gekommen sind. Also vor 35 Jahren war es genauso auf der Insel Kuba. Und zwar am 20. April 1980 hat Fidel Rest in Peace hat einfach mal verordnet, dass alle Leute, die Kuba verlassen wollen, können das ruhig machen. Und er hat gleich dazu ein paar tausend Leute aus den Gefängnissen und den Institutionen entlassen gleichermaßen. Und die haben alle einfach Freischuss. Wenn sie die Boote organisieren, könnten sie einfach die Insel verlassen. Das haben die Amerikaner natürlich zunächst mal bejubelt, schön. Dann haben sie festgestellt, Mensch, es kommen ein paar hunderttausend vielleicht. Und zwar in Tagen. 125.000 damals, jetzt schätzt man 126.000, 127.000 Kubaner sind letztendlich, haben die Möglichkeit gehabt, das Land zu verlassen. Sie müssen sich überlegen, wie weit das ist. Kuba und die USA liegen 150 Kilometer voneinander entfernt. Es gibt sogar Schwimmer, die diese Strecke mal versuchen, ohne, also mit Schutz vor Haifischen und so weiter zu stemmen. Und es sah wirklich so aus wie Szenen, die wir aus den Zeitungen vom letzten Jahr kennen. Das sind wirklich schöne, interessante und zum Teil schreckliche Bilder. Gerade unten rechts war am Havel von Mariel, als ein sehr großes Boot gekommen ist. Und natürlich haben die Menschen den Eindruck gehabt, sie schaffen es einfach nicht. Oben links ist die Verabschiedung durch einen kubanischen Soldaten und rechts die Ankünfte in Miami. Also das waren gefährliche, viele Leute sind gestorben bei dieser 150 Kilometerfahrt, aber auf jeden Fall sind 126.000 Menschen in Miami innerhalb von ein paar Monaten angekommen. Die sogenannten Marialitos haben sieben Prozent der Stadt Miami ausgemacht. Erwerbsbevölkerung meine ich jetzt die Leute zwischen 16 und 25 65 Jahren alt, vom Alter her, eine Bevölkerung von Miami von 1,6 Millionen. 20 Prozent dieser Leute stellen, die waren 20 Prozent der Arbeitnehmer kubanischer Herkunft, die bereits in Florida in Miami ansässig waren und auch nicht unzufällig vielleicht 20 Prozent der nicht qualifizierten Arbeitnehmer in dieser Stadt. davon sind mehr als 50 Prozent geblieben, die sind nicht weitergezogen, die sind da geblieben und das war wirklich nach allen Maßstäben ein großer Schock, ein wirtschaftlicher Schock erster Ordnung. David Card hat 1990 eine bahnbrechende Arbeit darüber geschrieben, er hat gefragt, Mensch, das ist eine unantizipierte Zuwanderung von unglaublicher Größe, sieben Prozent ist kein Katzenspiel, gezielt nach Miami, was ist danach passiert? Mit den Löhnen, mit der Beschäftigung, mit der Arbeitslosenquote, mit der Beschäftigtenquote, was kann man da berechnen? Card hat das als natürliches Experiment getauft und bei Vergleichsweise oder bei geeigneten Vergleichsstätten konnte man so eine Art Kontrollgruppe aufstellen und versuchen abzulesen, ob das tatsächlich nicht mit der Zeit sondern mit Kuba und Florida zu tun hatte. Das ist gar nicht so einfach, weil wir nicht experimentieren können. Wir können das nicht kontrollieren. Sie haben gesehen, das war kein kontrolliertes Experiment. Das heißt, man kann nur beschreiben, umschreiben, was es für Faktoren gibt. Vor allen Dingen, was passierte mit den Löhnen der Betroffenen, der einsässig oder bereits dort lebenden Kubaner. Was passiert mit der Beschäftigung von anderen und den Löhnen von anderen konkurrierenden Gruppen? Und was passierte mit Beschäftigung in anderen Städten in den USA? Kann man das verknüpfen? Also letztes hat man verneint, weil man denkt, die USA sind ein Riesenland. Es kann sein, wenn es ein bisschen zu viel war, sind einige Leute abgehauen. Aber letztendlich ist es eine offene Frage. 50% der Menschen aus dieser Marielle Boots Krise sind immer noch in Florida, in Miami. Einige sind tatsächlich weggegangen. Also was wir jetzt machen in den letzten 15 Minuten, möchte ich einfach mal erklären, was wir damit machen können. Also Karte hat gesagt, wir versuchen dieses bekannte Ereignis als kausal für all das, was danach kommt. Das ist immer noch nicht gestemmt. Es gibt sehr viele Dinge, die gleichzeitig in dieser Zeit passieren, eine Konjunkturwelle möglicherweise, es gibt andere Einflüsse, die wir vielleicht nicht ausschließen können, wir müssen das alles ansprechen. Das ist ein Riesenteil unserer Forschung heutzutage, dieses natürlichere Experiment, auch wenn es zum Teil von einigen meinen Kollegen etwas verhöhnt, betrachtet wird, ist es immer noch ein richtig wichtiges Handwerkzeug für unsere Zunft. David Card hat mit Alan Kruger danach 94 angeguckt, wie die Mindestlöhne auswirken, in einer getrennten Betrachtung von New Jersey und New York, Pennsylvania, Pennsylvania eigentlich. Josh Angrist hat in mehreren interessanten Papieren angeguckt, was passiert, wenn Leute zufällig eingezogen werden, auch wie die Schulklassen, wenn sie getrennt werden, wie ergibt sich die Leistung der Studenten und meine Kollegin Alexandra Spitz-Oehner hat angeguckt, was passierte nach dem Fall der Mauer, als die Amerikaner ihre Truppen abgezogen haben, hat das natürlich negativ auf die Gemeinden plötzlich und unerwartet ausgewirkt. Wenn sie aus Bayern oder aus Baden-Württemberg kommen sollen, würden sie sich schon mit dieser Idee vertraut sein. Also interessant ist gerade diese Beschreibung von K. damals, die er wirklich sehr, sehr ausführlich gemacht hat, wie sah es aus mit den sogenannten Marielitos, und zwar fünf Jahre nach dem Ereignis 1980. Wie gesagt, mehr als die Mehrheit waren in Miami, meistens Männer, deutlich unterqualifiziert. Und er hat geschätzt damals mit seinen einfachen Mechanismen, die er hatte, ganz wenig bescheidene Mitteln, hat er geschätzt zwischen 55 und 60 Prozent unterqualifiziert versus 25 Prozent der Kubaner, die dort lebten, und das ist eine Menge. Miami ist eine sehr internationale Stadt, ein Drittel bis 40 Prozent der Menschen in Miami haben kubanische Herkunft. Und dann kommt noch dazu, dass die Verteilung der Bildung nicht unbedingt alles bei den ungebildeten, schlecht ausgebildeten oder wenig ausgebildeten Menschen, sondern es gab auch eine Menge Leute, die Uni-Abschluss hatten. Und erstaunlicherweise nach fünf Jahren 60 Prozent, 60 Prozent der Menschen waren erwerbsfähig und tätig. Das heißt, eine 60 Prozentige Erfolgsquote. Man vergleicht Deutschland mit Schweden, nach zehn Jahren, 50 Prozent der Einwanderer sind integriert, Amerika schafft das in fünf Jahren mit 60 Prozent. Sprachliche Probleme gab es natürlich, aber Spanisch ist nicht Englisch, aber Florida hat natürlich einen gewissen Heimvorteil, weil die Leute Spanisch sprachen, aber durchaus nicht alle. Es war nicht so einfach. Die Leute haben vorwiegend einfache Berufe aufgenommen, das können Sie von der Spalte hier mal sehen, was sie da alles machen. Das ist vorwiegend Operatives, also Leute, die Maschinen betätigen oder zum Beispiel einfache Arbeit am Bau oder überhaupt im Dienstleistungssektor wurde sehr viel untergebracht. Leider gibt es trotzdem nicht genug Leute, um richtig feste Aussagen zu treffen, gerade in diese CPS-Befragung, das ist die übliche Erhebung für amerikanische Arbeitslosenstatistik, da waren vielleicht so ein paar hundert. Es ist nicht genug, um einige Skeptiker zu überzeugen. Trotzdem hat KARD gezeigt, dass die Löhne bei den Kubanern, die dort schon waren, nach fünf Jahren kaum verändert waren. Der hat auch gezeigt, dass die Schwarzen ebenfalls wenig tangiert. Das ist eine sehr optimistische Aussage. Nur die Kubaner, die schon da waren, hatten eine leichte Delle und dann nach fünf Jahren, sechs Jahren war das wieder gut. Das sind alle unbedingte Mittelwerte, das ist eigentlich gar keine richtige, ist noch eine Beschreibung. Der hat trotzdem weiter gemacht, hat die Arbeitslosenquote verglichen, hat auch gezeigt, dass die Arbeitslosenquoten verglichen mit Städten, die ähnlich situiert waren, wie Miami, kaum Unterschiede aufgewiesen haben. Natürlich war das nicht genug, um in dieser Quarterly Journal of Economics veröffentlicht zu werden. Card hat wahrscheinlich nicht mal in dem ersten Referee Report Gerüht bekommen, dass er richtig für die Qualität der Arbeitnehmer kontrollieren sollte. Nach fünf Jahren hat er tatsächlich versucht, mit den Eigenschaften der Vergleichsstätten eine Prognose zu erzeugen und hat diese Prognose aufgestülpt auf die Miami Zugewanderten. Und da fand er erstaunlicherweise keine Zunahme der Ungleichheit. Er kam zu dem Schluss, dass letztendlich was passiert ist, dass die Marielle Itos waren tatsächlich sehr schlecht ausgebildet und haben natürlich den Durchschnittslohn in diesen Bereichen nach unten gezogen, aber letztendlich haben sie durch Marktgeschehnisse die Grundlöhne, die Renditen für diese Eigenschaften nicht geändert. Das ist eine gute Nachricht. Das war eine sehr kontroverse Nachricht. Der hat das auch für Kubaner gemacht in Miami. Die Kubaner in Miami sind die engsten Substitute für die Leute, die gerade zugekommen sind, aber das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein, wenigstens nach Card's Ergebnis 1990. Card schreibt, dass die massive Zuwanderung eigentlich keinen statistisch gesichert signifikanten Effekt auf die Löhne von sowohl, also weder von den nicht qualifizierten konkurrierenden Arbeitnehmern, noch auf die Kubaner, die gerade dort ansässig waren, als es alles losgegangen ist. Die Arbeitslosenquote war stabil nach fünf Jahren. Das ist alles super Nachricht, oder? Wenn das so in Deutschland läuft, können wir noch ein paar Millionen zunehmen. Und so wurde dieses wichtige Papier empfangen damals. Riesen Streit. Es gab Streit ohne Ende. Trotzdem muss man einfach mal das nochmal über die Zunge gehen lassen. Er sagte einfach, es ist rein statistisch, also vielleicht ein kleines bisschen durch die Renditen, durch die Preise für diese Eigenschaften, letztendlich ist es nur die Tatsache, dass so viele Leute, die nicht gebildet sind, die nicht Englisch können oder nur mit den Händen arbeiten, keine Bildung hatten. Die Kubaner sind übrigens sehr, sehr gut in einem Sinne ausgebildet, sie sind alle, die können alle lesen und schreiben. Das Problem ist, sie können alle Spanisch lesen und schreiben. Das war der Nachteil, als sie nach Florida kamen. Jedenfalls hat K. das hinbekommen und er ist wahrscheinlich auch ein Nobelpreis wert, dass er das natürliche Experiment für uns als Hauptgegenstand unseres Faches wir müssen es lehren und lernen und wieder anwenden. Immer wieder, wenn wir das erkennen, dass ein natürliches, nicht von uns gesteuertes Ergebnis vorliegt. Natürlich gibt es Kontroversen, ich werde in den nächsten zehn Minuten, bevor ich abschließe, resümieren. Es gab sehr viel Kritik. Es gab zunächst einmal die Frage, wer sind die Behandelten? um wen geht es hier? Wer leidet oder profitiert von dieser Entwicklung? Vor allen Dingen die Kontrollgruppe. Also K. hat einfach mal hingeguckt, ich nehme vier Städte und Los Angeles, Houston, Atlanta, Tampa, St. Petersburg. Also das sind vier Städte, wo die Schwarzen im Verhältnis zu den weißen hispanischen Bevölkerungen relativ gleich aussehen, aber hat nicht viel mehr gemacht als das. Es gibt mittlerweile ganz moderne Methoden, um das zu verfeinern, aber damals hat man gesagt, Mensch, das sieht eigentlich ordentlich aus. 94 hat es eine falsche Krise gegeben. Fidel hat noch einmal gesagt, Mensch, ich habe die Amerikaner vor 15 Jahren einen reingelegt, ja, mache ich noch einmal. Ich kündige an, es dürfen wieder so viele Leute verlassen, Kuba verlassen, wie sie wollen. Damals war Clinton Präsident, und der Clinton hat gesagt, nee, das lassen wir nicht passieren und er sagt, wir mobilisieren die Küstenwache und wir schicken die Boote nach Guantanamo. Also vor 9-11 gab es schon eine andere Verwendung von Guantanamo. Guantanamo gibt es eigentlich seit ewig, seitdem die Amerikaner den Kubanern geholfen haben, um Spanien zu schlagen in dem Krieg von 1898. Diese Aktion wurde abgewendet und hat Alan Kruger und Josh Angris gezeigt, dass eigentlich gerade in dem Jahr gab es auch so eine kleine Delle. Das kann auch nicht sein, dass die Delle, die man 1889 oder Quatsch, 81 gesehen hat, gerade in diesem Jahr stattfindet. Und da gab es eine Riesendiskussion, ob das eine Phantom-Auswanderung war und das saß ziemlich hart bei David Carr, das war schwierig für ihn zu überwinden. Und dann kam George Borjas, selber Kubaner, Exil-Kubaner, sein Vater wurde enteignet, 58 und er ist geflohen, der ist Professor in der Harvard University, einer der prominentesten Kritiker der US-Immigrationspolitik und leider habe ich festgestellt, dass er auch ein Freund von Donald Trump ist, wenigstens in den Grundsätzen. Aber ich glaube, er ist wissenschaftlich genug, um das auf diese Art und Weise zu verteidigen. Seine Art und Weise ist zu sagen, bei solchen Migrationsströmen kann es nicht sein, dass die Löhner nicht reagieren. Und letztes Jahr hat er die Fede aufgenommen und versucht hat, quasi die Dinge richtig zu stellen, wie er das wahrnimmt. Er hat ein Buch geschrieben, das ist gerade rausgekommen, das ist eine Anspielung auf Max Frisch, wir wollten Arbeiter, wir haben Menschen bekommen, und der Einwand ist eigentlich viel wissenschaftlicher, es geht darum, dass die Vergleichskurve nicht unbedingt richtig gewählt. Also der arme David Card hat nicht genug Menschen, er hat viele Leute zusammengenommen, also die Kubaner waren bimodal, die waren auch die talentierten, begabten Ärzte, als auch die Leute, die gar keine Bildung hatten und die sind alle zusammengeschmissen zusammengeschmissen und wenn man das anders und George Boyd hat es sehr gründlich mit US-Census-Daten angeguckt und hat festgestellt, das ist viel mehr als 58%, sondern über 60% waren unqualifizierte Arbeitnehmer. Machen wir den Vergleich anders, hat er gemacht und das ist sein Ergebnis. Sein Ergebnis zeigt, dass Marialitos tatsächlich etwas mehr negative Auswirkungen auf die nicht qualifizierten Arbeitnehmer hatten, als David Carr in seiner ursprünglichen Studie hat glauben lassen. Also für mich war das erschreckend, ich habe das vor sechs Monaten angeguckt zum ersten Mal und dann habe ich gesagt, Mensch, darüber werde ich reden. Weil für uns, das ist der Beweis dafür, dass diese Fragen sind nicht wie in der Physik, die lösen sich nicht einmal für immer, sondern wir müssen immer bedingt auf die Verfügbarkeit von Daten und die Verfügbarkeit von Ideen und das ist gerade, was Boaz dazu bewegt hat. Jetzt gibt es natürlich einen Riesenstreit zwischen allen Möglichen, es macht immer Spaß zuzuschauen. Boaz hat moniert mehrfache Dinge, also die Qualifikationsgruppen waren zu breit, man kann nicht Kubaner angucken, es ist genau wie man Syre hat, die qualifiziert sind, es gibt Ärzte, es gibt Uniprofessoren, es gibt Handwerker und dann gibt es Leute, die nicht mal lesen und schreiben können. Wie kann man die alle in einen Topf schmeißen? Und es gibt neue Erhebungen aus dem Jahr Mai, es gibt diese verfeinerte Betrachtung von den Kontrollgruppen und interessanterweise hat George Boaz gerade diese Phantom-Auswanderung angeguckt und es stellt sich heraus, dass diese Leute nicht in Guantanamo verschollen sind, sondern sie sind peu a peu doch nach Amerika gekommen. Das kann man anhand von Zensusdaten sehen. Das heißt, die Frage war nicht ein für allemal beantwortet. Boaz sagt, dass, wenn man sich diese Evidenz wieder anguckt, gerade in, das ist übrigens sein Steckenpferd, man guckt sich immer Spaten an, Qualifikation, mal Geschlecht, mal Altersgruppe und guckt, wie die Löhne bei natürlichen Experimenten reagieren. und er kriegt für uns Volkswirte eigentlich einen sehr beruhigenden Befund, vielleicht nicht für die Leute, die damit zu tun haben, sondern dass die Substitutionselasticität gerade bei einem Wert liegt, den wir immer predigen bei uns in den Vorlesungen. Sprich, eins. Also, lassen wir mal zusammenfassen, ich versuche das jetzt auf Studium generale Ebene auszustrahlen. es läuft bei uns, wir wollen ja alle Physiker werden, also meine ehemalige Mit-Doktorantin Almut Scholl kann das bestätigen, wir wollen alle wie in der Physik handeln, aber das gelingt uns nicht, wir haben mit Menschen zu tun, wir wollten Formeln, wir wollten Gleichungen, wir kriegten Menschen, genau wie Max Frisch. Kausalität ist eher wie bei den Astronomen, wir gucken uns mal die Planeten an, wir merken, dass sie so und so mit bestimmten Timing vorbeifahren an bestimmten anderen Planeten, dann kann es keine Kreise, müssen Ellipse sein und deshalb müssen wir unsere Schlussfolgerung modifizieren. Die Datenlage und Deutschland macht sich besonders schwer durch den Ausschluss von Daten, Datenschutz ist irgendwie Totschlagargument gegen jede Untersuchung, wir brauchen die Daten, gerade bei den Neuzugewanderten braucht man Daten über ihre Fähigkeiten, man muss Geld ausgeben, um diese Leute, mehr über diese Leute zu wissen. Und Boaz ist letztendlich bei dieser Debatte ein bisschen in der Führung, also ich habe ein bisschen rumgefragt bei meinen gelehrten Kollegen, die wirklich an tollen Universitäten, die Humboldt ist okay, aber es geht hier um die Großen in den USA, dieser Schlag, Rückschlag ist schon, es ist ein bisschen wie Krieg der Sterne, es geht hin und her und wir warten auf die nächste Episode, aber wenn wir nicht bessere Daten haben, werden wir immer ein bisschen im Dunkeln rumtappen und gerade bei Miami ist es eine wachsende Wirtschaft, unglaublich belebt durch diese Migration, also es ist wirklich so, dass in South Miami, wenn sie nicht Spanisch können, tun sie sich ein bisschen schwer, da rumzukommen, die Amerikaner haben diese Lage akzeptiert und daher ist Florida eine der Boom-Bundesstaaten des Landes. Könnte Deutschland was daraus lernen? Ich möchte aufhören zu reden und Ihnen die Möglichkeit geben, vielleicht selber die Antwort auf diese Frage zu entdecken. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein paar Artikel, die ziemlich technisch sind manchmal, vorschlagen, empfehlen und sonst bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. nicht bin Gut contradiction schluss